RB Leipzig hat großes Interesse an einer Verpflichtung von Jesper Lindström von Eintracht Frankfurt. Auch SGE Sportvorstand Markus Krösche hat das Interesse der Leipziger übrigens schon bestätigt. Er sagte unter anderem, dass Leipzig schon länger an Lindström dran sei. Allerdings fügte er auch an, dass noch keine Entscheidung gefallen ist. Und zudem betonte er, dass dieses Thema keinen Einfluss auf das DFB-Pokalfinale haben wird. Ein erstes Angebot über 25 Millionen Euro soll es dabei auch schon gegeben haben. Dieses wurde von der SGE allerdings abgelehnt. Dem Vernehmen nach fordert Frankfurt eine Ablöse im Bereich zwischen 30 und 40 Millionen Euro. Mit Blick auf den noch langfristigen Vertrag bis 2026 und 28 Millionen Euro Marktwert von Lindström, ist doch davon auszugehen, dass RB, wenn man ihn wirklich haben möchte, tiefer in die Tasche greifen muss. Dadurch, dass Lindström als Wunschspieler von Marco Rose gilt, der nach mehr Tempo für die Offensive sucht, ist es aber gut möglich, dass es eben nach dem Pokalfinale weitere Verhandlungen geben wird. Wo dann auch das Angebot höchstwahrscheinlich nochmal nachgebessert wird. Frankfurt selbst gilt ja ohnehin als offen für einen Verkauf von Lindström. Übereinstimmende Medienberichten zufolge soll es wohl so sein, dass man bei der SGE in diesem Sommer die beste Zeit sieht, um Lindström zu verkaufen. Und ja, ein mögliches Gedankenspiel, welches wohl auch eine Rolle in den Überlegungen der Eintracht gespielt haben soll, ist eine Rückkehr von André Silva. Den man ja durchaus auch als Tauschobjekt in diesen Deal mit einbinden könnte. Sportlich würde zumindest die Tatsache ganz interessant sein, dass Silva seine persönlich beste Phase im Trikot von Eintracht Frankfurt hatte. In der Saison vor seinem Wechsel zu Leipzig brachte er es immerhin auf satte 28 Tore in der Bundesliga. Werte, von denen er aktuell nur träumen kann. Was vermutlich auch einfach daran liegt, dass er nicht so richtig in den Spielstil von RB zu passen scheint. Weswegen er unter Rose auch sehr häufig nur von der Bank kommt. Aus diesem Grund ist eine Trennung im Sommer an der Stelle sehr wahrscheinlich. Die aufgerufene Ablöse soll dabei bei 20 Millionen Euro liegen. Das Problem aus Frankfurter Sicht ist allerdings folgendes. Und deswegen wird der Deal so vermutlich auch nicht funktionieren können. Er verdient in Leipzig natürlich ein Gehalt, welches Eintracht Frankfurt so nicht zahlen kann und auch nicht zahlen möchte. Außerdem muss man bei Rückholaktionen ohnehin immer vorsichtig sein. Vor allem dann, wenn ein Spieler gescheitert zurückkommt. Dementsprechend soll dieses Gedankenspiel, so zumindest die Medien, wohl auch erstmal nur ein Gedankenspiel bleiben. Das bedeutet am Ende also, wenn Leipzig Linz drum haben möchte, dann wird man wohl die Forderungen ohne Eintauschgeschäft erfüllen müssen. Aber was das angeht, werden wir wohl erst nach dem Pokalfinale neue Informationen bekommen. Denn vorher wird es definitiv nicht zu weiteren Verhandlungen kommen. In jedem Fall aber werden wir hier weiter auf dem Laufenden bleiben. Bis dahin könnt ihr natürlich gerne eure Meinungen und Einschätzungen zu der ganzen Sache in die Kommentare schreiben. Und ansonsten Freunde, ihr wisst Bescheid, macht's wem mal besser und bleibt am Ball.